Mein Name ist Josef Mültschoch, ich arbeite in der Filiale Wohngesund in Gerasdorf in 2201 und möchte Ihnen zeigen, ein großformatiger Landhausstil wie die Sanko-Sie. Das wäre ein Dreischichtaufbau, d.h. mit einer Deckschicht, einem Gegenzug und 4 mm Massivauflage Neiche. Das Großformat unterscheidet sich zu den Kleinformaten, dass man eine Überbreite von 26 cm hart bzw. 2,20 m lang und 15 mm stark. Dieser Boden wäre auch fußbodenheizungstauglich und für kleinere Räume auch schwimmend verlegbar. Von den Oberflächen her wäre diese fein gebürstet bzw. gehobelt von der Oberfläche und in einen naturbelassenen Farbton. 2,20 m lang und 15 m lang und 15 m lang und 15 m lang und 15 m lang. 2,20 m lang und 15 m lang und 15 m lang und 15 m lang.